Stell dir vor, es würde keine Bienen und andere bestäubenden Insekten mehr geben. Ohne die Hilfe der fleißigen Bestäuber gäbe es keine Erdbeeren, keine Birnen, keine Kirschen, keine Orangen und damit keinen Orangensaft, keine Mandeln, also kein Mandelmus, natürlich keinen Honig, keine Nüsse und somit keine Nusscreme, auch keine Tomaten und keine Gurken und viele andere Leckereien ebenfalls nicht. Bienen bestäuben rund ein Drittel unserer Nahrungspflanzen. Deshalb mach mit und setz dich mit Greenpeace zum Schutz der Bienen für eine ökologische Landwirtschaft ohne gefährliche Ackergifte ein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.